Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe und diese Folge ist eine besondere Bonusfolge und zwar eine Sakralchakra Meditation und das Sakralchakra befindet sich in unserem Körper ganz unter unserem Bauchnabel und ist verantwortlich für unsere Kreativität, für unsere Freude, aber auch für unsere Sexualität. Und bei vielen Frauen ist es blockiert und ich persönlich habe gemerkt, dass es mir unglaublich gut getan hat und mir unglaublich weitergeholfen hat, mit diesem Chakren-System zu arbeiten und habe mir deswegen überlegt, dass ich eine Meditation für dich erstellen werde, die dir eben dabei helfen kann, mögliche Blockaden in Bezug auf deine Sexualität oder auch dein Liebesleben aufzulösen. Und ja, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich wünsche dir viel Spaß und wünsche dir schöne, entspannende 13 Minuten, die nun folgen. Setze dich hin, entspann dich und mach es dir gemütlich. Und dann, wenn du soweit bist, schließe deine Augen. Zuerst werden wir entspannen mit einigen tiefen Atemzügen. Atme langsam ein, während du deinem Bauch erlaubst, sich auszuweiten. Gefolgt von deiner Brust, sodass deine Lungen vollgefüllt sind mit Luft. Nimm fünf Sekunden, um einzuatmen. Nun halte den Atem fünf Sekunden an. Atme schließlich fünf Sekunden aus, sodass dein ganzer Atem herausgepusht wird. Einatmen. Einatmen. Halten. Ausatmen. Und wir wiederholen es noch einmal. Einatmen. Halten. Ausatmen. Wiederhole dies nun einige Male. Ausatmen. 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 Sehr gut. Du kannst deinem Atem nun wieder erlauben, in sein natürliches Tempo zurückzukehren. Wir werden nun einen kurzen Body-Scan machen und die Stellen in deinem Körper ausfindig machen, die vielleicht noch ein wenig angespannt sind. Wir beginnen bei deinem Kopf und gehen dann ganz langsam runter zu deinen Füßen. Lege nun deinen Fokus auf deinen Kopfbereich und scanne deinen Körper langsam ab. Solltest du eine Stelle finden, die angespannt ist, stelle dir vor, wie du Licht in diese Stelle einatmest. Und dann atme die ganze Angespanntheit wieder aus. Glaube deinem Körper, sich ganz zu entspannen. Du bist hier sicher. Und wenn du merkst, dass dein Fokus wegwandert, bringe ihn einfach liebevoll zu deinem Körper zurück. Scanne deinen ganzen Körper von oben bis unten ab. Fertig. Sehr gut. Dein Körper sollte nun in einem Zustand von voller Entspannung sein. Als nächstes bringst du deine Aufmerksamkeit auf den Bereich unter deinem Bauchnabel. Das ist der Ort, an dem sich dein Sakralchakra befindet. Nimm mal alle Ablenkungen wahr, die du momentan noch hast. Und dann lass sie los. Und konzentriere dich ganz auf den Bereich unter deinem Bauchnabel. So, als wäre alles andere unwichtig. Atme ein und atme aus. Und nun stell dir vor, wie du bei jedem Einatmen orangenes Licht einatmest. Das Licht sammelt sich in dem Bereich unter deinem Bauchnabel, in deinem Sakralchakra an. Und mit jedem Atemzug, den du machst, wird es immer und immer größer. Das wundervolle, orangefarbene Licht, wird immer größer und größer. Stell dir nun vor, wie du all den Stress, der sich in deinem Körper befindet, loslässt, während du ausatmest. Sämtliche Energie, die dir nicht gut tut, atmest du einfach aus. Wiederhole das noch einige Male. Sämtliche Energie, die dir nicht gut tut, atmest du einfach aus. Lass uns zu den Affirmationen kommen. Wir werden nun gemeinsam einige Affirmationen sprechen, die im Zusammenhang mit dem Sakralchakra stehen. Ich werde die Affirmationen zuerst vorlesen und du kannst sie anschließend nachsprechen. Bereit? Los geht's. Ich bin leidenschaftlich und offen. Ich zeige meine Gefühle. Ich nutze Kreativität, um mich auszudrücken. Ich respektiere mich und meine Sexualität. Ich akzeptiere meine Gefühle und wünsche so, wie sie sind. Ich bin verbunden mit meiner inneren Freude. Ich bleibe immer optimistisch, egal was passiert. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich lebe meine Sexualität. Ich lebe meine Sexualität offen und ohne Scham aus. Fertig? Dann lass uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, um zu reflektieren. Mit welchen Affirmationen hast du dich am meisten verbunden gefühlt? Welche Affirmationen fielen dir schwer? Konzentrieren wir uns nun zurück auf deinen Atem. Atme tief ein und tief aus. Ein und aus. Ich möchte nun, dass du dir eine orangefarbene Welle vorstellst. Sie startet ganz unten bei deinen Füßen und fühlt sich wunderbar warm an. Langsam steigt sie immer höher und höher. Und umso höher sie steigt, desto stärker wird sie. Die Welle reicht dir nun bis zu den Oberschenkeln. Sie spürt sämtliche negative Gefühle weg. Sie spürt all die Schuld weg, die sich noch in dir befindet. All die Schamgefühle. Die Welle bedeckt nun deinen Bauch. Immer höher bis zum Hals. Deinen Lippen. Und schließlich deinen ganzen Kopf. Tag wirklich in diese Welle ein und lass sie all die negative Energie in dir wegziehen. Atme tief ein und tief aus. Nun lass die orange Welle immer kleiner und kleiner werden. Und langsam lenkst du deine Aufmerksamkeit vom Innen ins Äußere, während du ganz langsam zurück zu deinem Körper kehrst. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Wie fühlst du dich nun im Vergleich zuvor der Meditation? Konntest du eine Veränderung spüren? Vielen Dank, dass du die Meditation mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Amen.